Ja hallo Leute hier ist euer Reaper und heute kam der Gameplay Trailer, also der versprochene Trailer zu der Karte Origins heraus und den werde ich natürlich für euch wieder analysieren und ich weiß es ist zwar nur noch einen Tag bis zur Karte Origins und vielleicht macht das auch nicht viel Sinn, den analysieren, aber ich denke mal ich mache es jetzt trotzdem und dann sage ich mal fangen wir damit an. Und ich werde gleich bei dieser Stelle stoppen, denn man sieht den riesen Roboter im Hintergrund, aber was noch wichtiger ist, man sieht einen Zombie, der eine Waffe hält und ja es sieht eigentlich nicht sehr nach einem Menschen aus oder nach irgendeinen Soldaten, sondern es sieht schon nach einem Zombie aus, der diese MP40 in der Hand hat, ja das ist die MP40 und die wurde auch bestätigt für die Karte Origins und was fällt noch auf dem Bild auf? Man sieht so rote Strahlen, also so rote Schallwellen, ja was könnte das sein, man hat im anderen Trailer, jetzt sieht es in Apokalypse Trailer so ein blaues Licht mit so blauen Schallwellen gesehen, vielleicht wandelt sich dieses während des E6 um, es könnte aber auch das Zombieblut sein, welche Wirkung noch nicht bekannt ist, aber wir werden es sehen, wenn morgen die Karte draußen ist, dann würde ich sagen, fangen wir gleich weiter an und gucken, was wird als nächstes kommen im Trailer. Ja, ich werde gleich mal hier wieder stoppen, denn man sieht hier die Karte Origins, bzw. von oben hat man sie gesehen und was sieht man noch? Man sieht im Hintergrund hinten links dieses, was ich vorhin angesprochen habe, dieses blau-lilane leuchtende Teil, das so Schallwellen aussendet und ich denke mal, zu 100% wird dieses zum E-Stack dazugehören und dann sage ich mal, gehen wir zum nächsten Bild über. Und auf diesem Bild seht ihr nun, ja, was seht ihr dort? Ihr seht die vier Charaktere, bzw. denke ich mal, dass man die vier Charaktere hier sieht und man sieht hinten links in den Schränken so blaue Steine und ich denke mal, das sind Teile von diesen neuen Meteoriten, also von diesem blauen Meteorit, was man auch schon im Apokalypse Map-Trailer gesehen hat. Und ich weiß nicht, ob man diese nehmen kann oder bis es E-Stack benötigt, aber auf jeden Fall gehören diese Steine zum Element 1-5, bzw. zu diesen Meteoriten dazu. Und dann kommen wir gleich mal zum nächsten Stopp. Hier sieht man Takeo, der die Mauser CXS in der Hand hält. Hinten sieht man eine Person, ich weiß jetzt nicht welche, auf jeden Fall sieht man dort die Galil. Und rechts oben sieht man noch ein Schild, das Workshop heißt. Und ich weiß nicht, hier in diesem Raum wird man wahrscheinlich wieder viele Teile finden, weil es gibt wahrscheinlich wieder hier Sachen zum Zusammenbauen, weil man weiß ja auch schon, diese vier Zepter, zu denen ich später noch kommen werde, muss man auch zusammenbauen. Und dann sage ich mal, kommen wir gleich mal zur nächsten Stelle im Video. Und an dieser Stelle seht ihr nun, ja, im Hintergrund sieht man es leicht, man sieht dieses Portal oder dieses komische Ruinteil, was auch immer was das ist. Auf jeden Fall sieht man noch auf den Schildern einmal diesen Generator 4 oder einmal diesen Generator 5 ist oder 6 ist das. Auf jeden Fall, für diese muss man ja anschalten, auch für einen Erfolg. Und auf jeden Fall gibt es da mehrere davon und ich glaube, diese anzuschalten wird auch nicht einfach. Vielleicht doch, aber ich bin mir da nicht sicher, sonst wird sie nicht einfach so einen Erfolg dafür geben. Und hier auf diesem Bild seht ihr Takeo, der die Galil in der Hand hält. Also ist es bestätigt, es gibt die Galil auf dieser Karte. Hier auf dem Bild seht ihr Dr. Edward Richthofen mit der Mauser CXS in der Hand. Und im Hintergrund sieht man wieder auf diesem Haus dieses komische Gerät oder diesen komischen Orb, was auch immer das ist, werden wir erfahren auf der Karte Origins. Ich bin schon ziemlich gespannt, weil man benötigt dieses bestimmt fürs Easter Egg. Und ja, dann kommen wir gleich mal zum nächsten. Hier ist der Russe Nikolai Belinsky mit der Schrotflinte. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber auf jeden Fall ist das die Schrotflinte aus dem Mehrspieler, die 4 Schuss hintereinander schießt und glaube ich 16 Schuss oder so im Magazin hat. Auf jeden Fall ist es diese 4 Schuss Schrotflinte. Das heißt, diese Waffe wird es auch auf Origins zu spielen geben. Und hier sieht man den Dempsey, Tank Dempsey mit der Waffe, die ich noch nicht genau erkannt habe. Einige meinten, das wäre die Hamre, ich glaube aber eher, dass es da vielleicht um die Scar handelt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was oder welche Waffe das ist und vielleicht wisst ihr es ja. Und nun kommen wir zu dem Panzer. Ja, er fährt eigentlich ziemlich schnell und ich glaube, leicht wird es nicht sein, auf diesem zu bleiben, um einmal um die Karte herumzufahren. Denn es gibt ja auch hierfür einen Erfolg, wenn man um die ganze Karte gefahren ist, ohne herunterzufahren. Und ja, mal schauen, wie es wird. Ich hoffe mal, es wird nicht so ein Panzer, beziehungsweise sowas wie auf Transit, der auf den mal die ganze Zeit bleiben muss. Oder dass halt man nur auf den um die Karte herumkommt. Und ich hoffe mal, er ist nicht so verbuggt, wie der Bus auf Transit und es wird alles hoffentlich hier besser bei dem Panzer. Aber er sieht ziemlich cool aus, der Panzer, muss man sagen. Und dann sage ich mal, folgen wir weiter mit dem nächsten Part des Gameplay-Trailer. Hier, kurze Pause. Man sieht jetzt nur die drei Charaktere, also einmal links Edward, rechte Ofen, dann in der Mitte ist das Nikolai und rechts ist das, glaube ich, Takeo. Ich kann es nicht genau erkennen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich hier auf dem Bild genauer sagen will, ist, dass man hinten unter dem Fuß, also links vom Fuß von Nikolai, eine Waffe sieht. Also eine Kreidezeichnung von einer Waffe. Ich konnte jetzt nicht genau erkennen, welche Waffe es ist. Wir kommen gleich nochmal dazu, man sieht gleich nochmal ein Bild von der Waffe. Und hier gleich mal wieder ein anderer Aufruf an euch. Welche Waffe ist das? Welche Waffe, um welche Waffe könnte es sich jetzt da handeln? Schreibt doch auch mal in die Kommentare, was sieht man noch auf dem Bild. Man sieht oben den Strahl von der Kiste. Also zumindest sieht es so aus, dass dort die Kiste ist, der blaue Strahl. Und ja, das war es auch zu dem Bild. Und hier seht ihr es nochmal. Hier hat Nikolai im Hintergrund rechts die Waffe, die ich nicht erkennen konnte, an der Wand stehen. Und ja, wie gesagt, schreibt es in meine Kommentare. Vielleicht wisst ihr, welche Waffe es ist. Es sieht ein bisschen wie die MP40 aus. Die wurde ja auch bestätigt. Oder die STG. Und ja, schreibt es doch in meine Kommentare, was es für eine Waffe sich hierbei handelt. Und dann kommen wir gleich noch weiter mit dem Gameplay-Trailer. Und hier sieht man sie. Die vier Elemente. Die vier Elementenstäbe. Einmal Feuer. Einmal, das waren ja die vier Elemente. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und hier sieht man sie in Aktion. Jeder Charakter hat einen Stab in der Hand. Und es sieht eigentlich ziemlich cool aus, wenn die Zombies getötet werden von dieser. Und lassen wir uns mal überraschen, wie diese wird. Ich frage mich eigentlich hierbei, muss man die irgendwie, haben die begrenzte Munition oder muss man sie aufladen, wie die Waffe Paralysator auf der Karte Buried. Und ja, werden wir alles sehen, wenn morgen die Karte endlich zu spielen ist. Und dann folgen wir weiter mit dem Video. Und hier sieht man ihn, den Zombie-Roboter. Oder eher gesagt, den Badass-Zombie-Roboter. Denn er sieht eigentlich ziemlich stark aus. Aber durch den Einfluss von den Stäben oder von den vier Zeptern, wurde er eigentlich ziemlich schnell down gemacht. Werdet ihr auch gleich sehen. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, auf dem Bild sieht man im Hintergrund diesen einen Generator oder diese Pumpstation. Den man auch im Intro Cinematic gesehen hat. Aber diesmal ist dieser Behälter, dieser weiße Behälter oder dieses Glas nicht leer. Sondern mit so einer blauen Flüssigkeit oder so einem blauen Gas gefüllt. Und das sieht man eher aus nach diesem Element 1.5 oder nach diesem neuen blauen Element. Und ja, benötigt man bestimmt auch für das Easter Egg. Und auf das Letzte, wo ich hinweisen wollte, sind die drei Roboter, die man hier sieht. Und man hat sie auch aus dem Bild von Facebook gesehen, wo ja Treyarch diesen Trailer angekündigt hat. Und ja, das war es eigentlich zu meiner Analyse von diesem Trailer. Und ich freue mich schon tierisch auf die Karte morgen, wie sie sein wird. Und ich kann es einfach nur noch nicht mehr erwarten. Denn die Karte sieht ziemlich geil aus. Und ich denke mal, sie wird Menge, Menge, Menge Spielzeit mit sich bringen, die ich damit auch auf dieser Karte verbringen werde. Also noch kurz dazu, was ich alles hochladen werde. Ja, ich werde mal wahrscheinlich alles hochladen, außer irgendwelche Gameplays von der Karte. Da ich, wie gesagt, noch keine Aufnahmegerät habe. Und ich nur Sachen aus dem Kinomodus hochladen kann. Dann wieder runterladen kann. Und dann wieder zusammenschneiden, kommentieren kann. Also es wird eine Menge Arbeit für mich. Aber ich werde es alles machen. Und ich freue mich schon, wie gesagt, tierisch auf die Karte. Und ich denke mal, das war es mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reaper. Und dann kommen Sie einfach. So.